Willkommen zu den heutigen Vibi-News und heute mit wirklich unfassbar großartigen News von einer neuen Partnerschaft mit Vibi. Unter anderem gehen wir auf jeden Fall auf den nächsten Ron-English-Dop ein. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen auf heute, ich bin es, dein Captain, dein Vivi Uchi und heute mit wirklich großartigen News und zwar nämlich den ersten Fidgetils, die wir überhaupt, ja, für den Mass-Adaption jedenfalls in der Vivi-App sehen werden. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt, deswegen würde ich auch sagen, starten direkt rein ins Video. Und wie ihr es vielleicht auch gerade eben schon im Titel oder im Funder gesehen habt, es handelt sich um Funko Pop. Und diese werden jetzt zusammen mit Vivi Fidgetils rausbringen. Und das ist meiner Meinung nach ein wirklich großer, großer Meilenstein für Vivi, denn das ist jetzt auch endlich mal etwas, was tatsächlich den Autonormalverbraucher erreichen könnte und nicht etwas ist, was irgendwie nur eine Auflage hat, wie zum Beispiel bei manchen Bildern, die es 1 zu 1 gab bei Vivi, sondern diese sind jetzt wirklich in Kooperation auch mit Funko Pop gestaltet worden, beziehungsweise mit Marvel natürlich als Lizenzgeber. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze auch hier direkt mal an, was wir denn hier eigentlich bekommen, denn wir bekommen ein Vinyl-Gold Iron Man. Und ich muss wirklich sagen, der sieht einfach nice aus. Es gibt außerdem nicht nur die goldene Variante, sondern insgesamt 5 Varianten. Es gibt noch einmal hier dann diese Variante, es gibt auf jeden Fall nochmal diese, diese und dann haben wir noch eine weitere, die jetzt hier sich irgendwie gerade nicht anzeigen lässt. Genau, wir haben im Prinzip die rote, wir haben diese hier, die goldene und dann noch diese beiden hier. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Diese werden wahrscheinlich auch sehr, sehr scarce sein, wenn man sich überlegt, insgesamt 3000 Editions, insgesamt 5 Varianten, kann man glaube ich selber rechnen. Diese Collectibles werden nicht nur in der Vivi-App extrem scarce, sondern auch wahrscheinlich in Real Life extrem scarce werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ankommen wird. Ich versuche definitiv selber eine Box auf jeden Fall zu holen. Ich hoffe, dass ich es hinbekomme und ich drücke euch auf jeden Fall, falls ihr das auch versucht, auf jeden Fall die Daumen. Und jeder von diesen physischen Statuen, der bekommt einen einzigartigen Code für die Vivi-App, wo man dann auch hier dieses Collectible als digitales haben kann. Natürlich hat das hier einen Preis von 150 Dollar, wo man einfach sagen muss, das ist natürlich schon eine Stange Geld. Außerdem ist das Ganze bis jetzt oder wird dann auch erstmal nur in den USA verfügbar sein und über ausgewählte Partner dann eventuell auch nach Deutschland verschifft werden. Ich werde natürlich für euch hier als deutsche Community auch Ausschau halten nach irgendwelchen Partnern, die hier in Deutschland das Ganze dann verkaufen werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Chancen da relativ schlecht erstmal stehen werden. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Anfang hier für Vivi mit dieser wirklich sehr, sehr großen physischen Brand einfach zusammenzuarbeiten. Denn wenn man sich das Gesamte hier mal anschaut, was die denn zum Beispiel so an Google Trends haben, dann sind die auf jeden Fall schon mal relativ gut dabei. Bei 100 ist hier an dieser Stelle so die Marke, wo man sagt, okay, das ist schon, da wird im Prinzip sehr, sehr, sehr viel nachgesucht. Und wenn man sich das anschaut, die haben wir so 40 bis 50 in etwa, wonach hier gesucht wird. Nach Funko in etwa 54, nach Funko Pop in etwa 37. Das variiert aber auch immer, wie ihr hier seht. Wir hatten hier auch schon Spitzen, da war es schon dann bei Funko 100 und bei Funko Pop 67. Also wir haben hier schon eine sehr hohe Nachfrage danach. Außerdem hatte das Unternehmen, wie man auch hier in den letzten Jahren sieht, immer grüne Zahlen eigentlich geschrieben. Hier gab es ein Jahr, wo mal dann 2020, wo halt einfach mit Corona wahrscheinlich einfach die Einrüse ein bisschen größer waren, aber danach hier immer weiter am Steigen. Und auch jetzt im letzten Jahr 2022 sind sie über die 1,3 Milliarden Marke rüber. Was schon wirklich sehr, sehr, sehr gut für ein Unternehmen, was physische Produkte verkauft. Und ich bin wirklich sehr, sehr gehypt. Das ist an dieser Stelle mit Funko. Denn Funko ist tatsächlich doch relativ etabliert, auch hier in Deutschland. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ein Collectible haben. Und dementsprechend ist da vielleicht dann auch einfach das Vertrauen mehr da zu diesem Brand, als wenn das jetzt irgendwie wie wir mit irgendeinem kleinen Brand released hätte. Schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne eure Meinung zu dieser neuen Partnerschaft unten in die Kommentare. Und lasst uns da auch gegebenenfalls spekulieren. Und ansonsten wird es auf jeden Fall morgen noch einen Livestream geben. Und zwar nämlich mit dem Viviversum um 19.30 Uhr deutscher Zeit am Donnerstag. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf euch. Dort werden wir auch natürlich mit euch nochmal sehr, sehr viel spekulieren und darauf auch nochmal detailliert eingehen. Als nächstes kommen wir zum nächsten Ron English Collectible. Und auch hier gibt es eine sehr interessante Sache. Und zwar sind wir hier die Mogul Grind Series 1. Und hier gibt es eine sehr, sehr coole Funktion. Das Ganze sehen wir hier am Freitag, dem 29. September um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und wir haben hier, sieht man das jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall drei Collectibles. Erstmal den Mogul Grind als Rare. Das Ganze wird hier eine Editionzahl von 1.444 Stück haben. Unter anderem einen Listenpreis von 30 Gems. Und natürlich eine First Edition sein an dieser Stelle. Als nächstes haben wir hier dann eine Ultra Rare. Das Ganze auch wieder mit einem Listenpreis von 30 Dollar. Und eine Editionzahl von 1.111 Stück. Als letztes haben wir dann hier noch eine Secret Rare. Und das Ganze wird hier eine Editionzahl gerade über von 666 Stück haben. Und ja, wieder auch einen Listenpreis von 30 Dollar. Und das Besondere hier an diesem Collectible ist, dass wenn man dieses Collectible hat, auf der New York Comic Con in die Vivi Party auch direkt mit eingeladen ist, also beziehungsweise auf der Gästeliste steht und dementsprechend auch direkt reinkommt. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache und eine sehr, sehr schöne Option hier auch für alle möglichen Leute, die zum Beispiel kein Golden Logo haben, hier auch Zutritt direkt zu der Vivi Party zu bekommen. Alle Leute, die Golden Logo Halter sind, haben hier schon sowieso Eintritt. Aber das auf jeden Fall auch nochmal für viele andere Leute aus der Community möglich zu machen, die keins haben, finde ich eine sehr, sehr nice Aktion. Und ansonsten war es das an dieser Stelle heute schon wieder mit diesen zwei sehr, sehr coolen News. Dementsprechend würde ich auch sagen, wir enden mal jetzt das Video. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, ihr Käpt'n. Ciao, ciao.